hallo ihr lieben heute gießen wir mal wieder seife ich habe ja einiges so immer mal wieder ausprobiert und gibt ja mittlerweile lieblings formen die ich immer gerne nutze und ich hatte das ist jetzt aber schon eine weile her hatte ich für ein paar freunde bekannte und so habe ich wieder seife gegossen und es gibt natürlich die lieblingsform wer mich so ein bisschen verfolgt schon eine weile oder kennt der weiß für mich ist die hamsa hand eine wunderschöne form die ich sehr gerne nutze ich habe selbst auch ein ohrring mit der hand und dadurch ist es für mich eine wunderschöne formen die ich einfach dann auch sehr gerne verschenke ich weiß dass die auch immer sehr gut ankommt einfach weil das eine wunderschöne form ist die einfach mal was anderes ist sonst gibt es ja immer so die typischen vierecke oder eine runde und ja hier gibt es jetzt eben die hamsa hand ich weiß nicht ob ich daran denke ich würde euch dann die links zu den seifen noch mal reinpacken ich habe einmal das normale die normale seife und dann einmal gibt es die seife eben auch mit wie heißen das jetzt aloe vera hat einen moment gedauert bis mir das wort wieder einfiel ich habe ja auch so typische sachen wie dürfte da setze ich so ein stück weit immer auf die natürlichen dürfte einfach weil ich weiß dass das immer nicht ganz so einfach ist mit düften mit farben gibt sie direkt so eine seifenfarben und bei den düften gibt es ja so viele mittlerweile ich bin jemand der sehr sparsam mit dürften umgeht weil ich selbst sehr empfindlich bin was dürfte angeht dadurch hoffe ich bin ich mir eigentlich sicher dass da zumindest die beschenken dann damit ganz gut mitgehen konnten und genau dann habe ich immer so ein bisschen seife geschmolzen ich habe es in der mikrowelle gemacht man kann es aber eben auch im ofen über so ein wasserbad machen und für mich war jetzt die mikrowelle die bessere variante ihr müsst ein bisschen gucken dass das auch in bechern ist die für die mikrowelle geeignet ist ich hatte das mal angefangen habe mit so ein paar bechern die paar becher waren jetzt bei mir nicht so gut aber ich habe eben auch silikon becher und ich habe noch zwei becher die ich aus dem ursprungs set mal hatte die ich da dass ich vor einer gefühlten ewigkeit mittlerweile damals gekauft habe fing corona nehme ich an und damit ging eigentlich auch meine bastel videos los wer sich da so ein bisschen daran erinnern kann wer schon seitdem dabei ist darf sich natürlich gerne outen und einfach mal sagen hallo ich bin schon seit über drei jahren dabei und aber ich habe da wirklich noch richtig klein angefangen ich glaube ich hatte 20 abonnenten oder so und hatte ja ganz ursprünglich angefangen mit musik musik videos waren für mich da immer ganz gut ich habe die bands wo ich war eben gefilmt habe die videos hochgeladen habe einzelne videos hochgeladen und damit ging es eigentlich los und ja dementsprechend ist das ein bisschen gewachsen die themen sind gewachsen ich versuche mich aktuell auch an so ein vlogs das ist für mich persönlich gar nicht so einfach immer wenn ich denke ja jetzt fange ich wieder einen anderen irgendwie habe gefühlt dann den ganzen tag gar nichts gefilmt und da muss ich dann so ein bisschen schauen aber ich werde wenn ich irgendwann mal im urlaub jetzt bin dann werde ich da einfach mal schauen dass ich das ein bisschen besser mache ja nachdem die seife übrigens geschmolzen das habe ich dann die farbe reingemacht unterschiedlich bei manchen habe ich gefragt was für farben dazugehören bei anderen nicht und hier war es jetzt so eine art orange und genau und bei den düften sind es meistens irgendwelche fruchtigen düfte oder eben halt zarte also ich bin ja ein lavendel typ ich weiß das mag nicht jeder das ist aber auch okay finde ich ich mag lavende einfach falls eine sehr angenehme ruhige angenehmer ruhiger duft einfach ist und dadurch aber ich weiß dass manche das auch wirklich gar nicht mögen man muss bei lavende so ein bisschen aufpassen weil das auch sehr schläfrig machen kann ja und ich hatte mir diesmal hier vorgenommen gehabt dass ich mehrere schichten mache und die mehreren schichten müssen natürlich auch im moment trocknen damit dann einfach dass die nächste schicht oben drüber kommen kann wer mich da auch ein bisschen kennt geduld ist nicht meine stärke aber auch das kriegt jeder hin irgendwie es härtet relativ schnell zumindest dass man weitermachen kann aber wie gesagt da bin ich sehr ungeduldig das gibt momente wo ich einfach das ganze ding auch noch mal versauere und aber was soll's ja in der mikrowelle habe ich meistens weiß ich nicht 20 sekunden drin gehabt je nachdem wie es ungefähr am besten gepasst hat ich habe unterschiedliche rührstäbchen die ich zum teil eben auch schon seit vielen vielen jahren nutze und dadurch nutze ich eigentlich immer nur die seife ab ich quatsche einfach ein bisschen drauflos ihr könnt mich da gerne ein bisschen beobachten wie ich mache ich habe alles mini mü schneller gemacht habe aber auch nichts raus geschnitten damit ihr einfach seht wie ich mache und allem drum und dran ja ansonsten ich war ja dabei wie es begonnen hat wir sind jetzt aktuell bei etwas über 600 abonnenten für mich mega ich freue mich so 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 sehr vielen lieben dank wer ich glaube habe ich das eigentlich online gestellt ich weiß das gar nicht ich habe so eine art ziele gesetzt was ich gerne in 20 trennen 20 machen möchte und oder schaffen möchte und da war unter anderem dass ich 500 abonnenten schaffen wollte 500 habe ich also häkchen hinten dran bin jetzt bei etwas über 600 nach einem halben jahr ungefähr und für mich so viel wert also hätte ich nie gedacht und ich weiß dass relativ viele wegen den bastelvideos hier sind ich weiß aber auch dass mittlerweile auch die musikvideos sehr gerne gesehen werden das sehe ich ja immer so an den statistiken die meisten neuen abonnenten sind aber immer bei bestimmten videos einfach auch dazugekommen dadurch habe ich die selbstverständlich im hinterkopf werde diese auch noch weiter ausbauen noch mal neu ausprobieren ich habe weil es jetzt so aktuell so extrem warm draußen ist ich wollte ursprünglich nochmal die trockenblumen machen in einer variante wie man sie vielleicht anders nochmal machen kann aber ich hätte diese blumen wahrscheinlich nicht mal ansatzweise bis nach hause bekommen dass die noch halbwegs anständig aussehen dementsprechend musste ich das jetzt leider ein bisschen nach hinten verschieben weil ich habe jetzt so eine ungefähre idee wie es gerne umsetzen möchte aber leider wie gesagt schwierig und was ich letztens auch ausprobiert habe das hatte ich glaube ich auch auf instagram gepostet ich habe armbänder gemacht das blöde ist ich wollte ursprünglich heute ein armband video hochladen aber ich habe festgestellt dass ich ein großteil dieser zeit wo ich die armbänder gemacht habe leider nicht im bild war und das macht es natürlich schade das heißt ich werde es auch noch mal machen ich finde die armbänder nämlich sehr sehr schön ich weiß da ist so ein bisschen der trend hinter wieder sich irgendwie schöne hübsche bunte armbänder zu machen ich bin so ein bisschen zwiegespalten weil ich bin glaube ich raus aus dem alter mit diese typischen bunten armbänder zu machen deswegen habe ich mich nämlich für andere perlen entschieden und dadurch das möchte ich euch natürlich zeigen dass das eben auch einen anderen stil haben kann und dass man das auch als erwachsener mensch oder älterer mensch natürlich noch tragen kann und darf und das ist wie mit bestimmten sachen irgendwo ich finde das gehört vollkommen in ordnung dazu dass man da einfach mal aus sich rauskommen darf wenn ich jetzt in urlaub fahre da wird es ja dann auch noch warm und da werde ich wahrscheinlich auch schauen was kann ich tragen was für mich ganz gut passt man muss sich natürlich auch immer wohl fühlen bei schmuck bin ich immer sehr schlicht unterwegs und war jetzt letztens auch im laden und hab mir als unterwäsche was gekauft so einfach mal random außerhalb des bastel themas und die verkäuferin die war dann immer der meinung ich müsste einen roten beha tragen ich muss mal sagen roter beha ist jetzt nicht meins also damit fühle ich mich nicht wohl auch wenn er nicht zu sehen wäre oder so ist vollkommen in ordnung aber ja dementsprechend ich mag farbe ich liebe farbe ich liebe farbe auch mit basteln und allem drum und dran aber es gibt einfach so bei sachentechnisch gibt es einfach so sachen wo man denkt das passt nicht zu mir und ja dementsprechend ist es dann ein bisschen anders geworden bisschen schlichter aber trotzdem halt auch wunderschön also wie gesagt meine message probiert euch aus euch muss es damit natürlich auch gut gehen wie ihr da rumlauft wie ihr euch anzieht und gibt ja auch immer irgendwelche festivals wo ich immer denke das ist nicht mein stil das ist okay aber für die anderen passt es und damit ist das so in ordnung ich glaube wir müssen heutzutage viel viel mehr lernen dass wir da einfach viel toleranter und respektvoller miteinander umgehen respekt ist einfach ein wichtiges thema auch für mich zurzeit sehr ich merke einfach wie sehr mir manche menschen einfach richtig auf die nerven gehen weil einfach so respektlos miteinander umgegangen wird ich habe manchmal das gefühl dass so viele und eigentlich ist das schon fast respektlos zu sagen ein kindergartenniveau wie man miteinander umgeht ich möchte damit die kinder nicht niedermachen ich möchte einfach nur sagen das ist ein niveau wo glaube ich die jenigen noch im hohen alter teilweise erst mal vielleicht noch mal in die kita gehen sollten um einfach zu lernen wie man miteinander umgeht weil in der kita lernt man so eine sachen und wie gesagt ich bin unglaublich genervt ich möchte mich auf so ein kindergartenniveau einfach auch nicht mehr einlassen ich werde da bestimmte sachen mir einfach so nicht mehr gefallen lassen und dementsprechend ja aber es gibt eben auch ganz tolle menschen mit denen ich unglaublich gerne zu tun habe wenn ich gerade abends ab 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 geht nee ab ab weg hier dann gibt es einfach so menschen die sind so unglaublich toll die ich mag wenn die mitkommen wenn sie auch da sind und es gibt bands die ich unglaublich toll finde weil die einfach so einen lieben umgang mit ihren ja sind das eigentlich fans eigentlich schon wer dahin geht irgendwie oder mit seinem publikum mit seinem publikum umgeht finde ich mega schön und das sind meistens ich gehe ja nicht auf die ganz großen konzerte dann ich gehe immer auf die ganz kleinen in kleinen locations und für mich ich erlebe bands die einfach so toll sind also unterstützt auch die kleinen locations bitte die sind so wichtig es gibt tolle bands die ob jetzt cover oder eigene songs es ist einfach mega schön und dementsprechend traut euch ist einfach eine wunderschöne sache wenn man einfach mal abends weg geht so ich habe jetzt meine hamse hand oder vier stück ja davon habe ich jetzt einfach mal mehr oder weniger sind sie jetzt fertig ich zeige euch jetzt natürlich noch das ganze wenn ich es raushole aus der form das ist ich hoffe sie gefallen euch genauso wie mir wie gesagt ich liebe sie sie sind wunder wunderschön geworden und die beschenkten haben sich auch gefreut soweit ich es weiß und dementsprechend genießt jetzt einfach mal diese wunderschönen seifen sie haben so ein schönes muster und ja wie gesagt ich mag sehr ich weiß nicht was haltet ihr davon könnt ihr mit der hamse hand was anfangen ähm und nein ich habe keinen glauben zu irgendeinem indischen glauben oder ähnlichen ähm ich mag sie einfach nur sehr und ich mag auch die kombinationen sehr ähm dieses orange das weiß das hat sowas schönes edles und ähm ja dementsprechend genieße ich es sehr auch wenn ich sie aus den formen hole und freue mich dann immer das ergebnis auch zu sehen und seife gießen hat auch was sehr entspanntes was man für sich selber eben auch genießen darf genau hier kommen die nächste orange da habe ich ja so ein bisschen versucht so ein marmorier effekt hinzubekommen ist nicht komplett so passiert aber ich glaube es sieht trotzdem sehr schön aus da ist auch die schicht dann nochmal so eine weiße schicht mit bei dann eben auch dieses transparente ist sehr sehr schön geworden manchmal wie gesagt versämmel ich mir das ja selber aber das ähm ist einfach auch so ein ausprobieren wie funktioniert es jetzt am schönsten am besten und übrigens die formen sind sehr sehr schön also für mich einfach eine der schönsten formen die ich unglaublich gerne immer wieder nutze und ja dementsprechend hoffe ich euch hat das video gefallen ihr seid hoffentlich ähm nächste woche wieder mit dabei ich wünsche euch einen sonntag und bis dann tschüss das ist das ist Untertitelung des ZDF, 2020